Sozialhilfe und Sozialdienst Sozialhilfe ist keine Versicherungsleistung, sondern eine Unterstützung der Gemeinde. Sozialhilfe? Sie erhalten finanzielle Hilfe, die Ihren Lebensbedarf deckt. Dazu gehören zum Beispiel Kosten für Ernährung, Kleidung, Wohnen und Gesundheit. Oder auch andere Ausgaben, die in Ihrer Situation notwendig sind, zum Beispiel für eine Brille oder den Zahnarzt. Diese heissen situationsbedingte Leistungen. Sie erhalten auch Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz, also der beruflichen Integration. Sie erhalten zudem Unterstützung, damit Sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das nennt sich soziale Integration. Sie erhalten so lange Unterstützung, bis Sie und Ihre Familie wieder selber für sich sorgen können. Wer kann Sozialhilfe erhalten? In folgenden Situationen können Sie allenfalls Sozialhilfe erhalten. Sie haben kein oder zu wenig Einkommen zum Leben. Sie erhalten keinen oder zu wenig Lohn, um den Lebensbedarf zu decken. Sie erhalten keinen oder zu wenig Unterhalt von Ihren Verwandten oder anderen Personen, um den Lebensbedarf zu decken. Und Sie erhalten kein oder zu wenig Geld von einer Versicherung, wie zum Beispiel der Arbeitslosenversicherung, der Krankentaggeldversicherung, der Unfallversicherung oder der IV. Wenn Sie sich beim Sozialdienst anmelden, wird Ihre Situation geprüft. Der Sozialdienst stellt fest, ob ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Das geschieht anhand von Ihren Angaben und Unterlagen, die Sie einreichen müssen. Die Höhe der Sozialhilfe ist in den Unterstützungsrichtlinien geregelt. Es gibt zudem Maximalbeträge für die Ausgaben, zum Beispiel Mietzinsrichtlinien. Sie haben Vermögen auf Ihrem Konto? Dann dürfen Sie einen bestimmten Betrag behalten. Das nennt man Freibetrag. Der Sozialdienst informiert Sie darüber. Hinweis! Leben Sie mit Ihrer Ehepartnerin oder Ihrem Ehepartner zusammen? Haben Sie Kinder? Dann haben diese Personen auch Anspruch auf Sozialhilfe. Wo kann man Sozialhilfe erhalten? Sie können sich bei der Gemeinde melden, in der Sie wohnen. Wohnen Sie in der Stadt Bern? Dann melden Sie sich beim Sozialdienst der Stadt Bern. Sie finden Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Adresse und Öffnungszeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Können sich auch ausländische Personen beim Sozialdienst der Stadt Bern anmelden? Ausländische Personen können sich beim Sozialdienst der Stadt Bern anmelden, auch Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Diese können Hilfe in Notlagen erhalten. Manchmal ist für ausländische Personen der Asyl-Sozialdienst zuständig. Auf der Webseite des Sozialdienstes und das GOES finden Sie mehr Informationen. Sie finden die Links unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Melden Sie sich beim Sozialdienst. Sie finden Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Adresse und Öffnungszeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Wer muss sich bei einer anderen Stelle melden? Es gibt verschiedene Bewilligungen. Je nachdem, welche Bewilligung Sie haben, müssen Sie sich bei einer anderen Stelle melden. Auf der Webseite des Sozialdienstes und das GOES finden Sie mehr Informationen. Sie finden die Links unter diesem Video. Haben Sie weitere Fragen? Melden Sie sich beim Sozialdienst. Sie finden Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Adresse und Öffnungszeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video.